Herzlich Willkommen im zauberhaften Blaubeerwald! Dir ist sicherlich auch schon so ergangen, dass diese Zeiten sehr fordernd sind und dass du in vielen Prozessen verwickelt wirst. Überall ist die Welt in Veränderung. Überall werden wir gefordert, überall stehen wir unter Druck. Und das macht was natürlich mit uns. Wir sind in schwerwiegenden Transformationsprozessen, kann man sagen. Und hier ist Unterstützung natürlich hilfreich. Gott sei Dank haben wir seit vielen, vielen Jahren die Erfahrung mit monatomischen Elementen. Das sind Edelmetalle im einatomaren Zustand, also nicht mehr verbunden als Moleküle, sondern jedes Atom ist für sich und kann dadurch seine archetypischen Energien und Informationen viel ganzheitlicher uns zur Verfügung stellen, als wenn sie als Kolloide oder als Metalle eingenommen werden. Und das monatomische Element, was uns hilft jetzt in dieser Erklärungszeit, gerade in unseren emotionalen und energetischen Herausforderungen, ist das monatomische Germanium. Das ist ein super Mittel. Du kennst es vielleicht als organisches Germanium, was in der Krebsmedizin eingesetzt wird. Aber im monatomischen Zustand kann es eben auch unsere Entgiftung fördern. Weil das ist das, was momentan passiert. Wir werden aufgefordert, in unserem Keller, in unserem Unterbewusstsein aufzuräumen und auszumisten. Und das ist mit ein Grund, warum das diese Welt so verrückt spielt. Damit wir uns klären und damit wir uns befreien von all dem Negativen und Destruktiven. Jetzt haben wir so viele alte Verletzungen, Ängste, Muster, die unser Leben eh schon behindern. Und jetzt aber nicht mehr verleugnet werden können. Weil jetzt werden sie von allen Seiten aktiviert. Und das monatomische Germanium hilft uns eben, dass wir da wie ein Rohrreiniger oder wie eine heilsame Wasserfall durchspülen lassen. Und gerade unser Energiesystem, die Chakren, aber auch unsere emotionelle Aspekte befreien können von diesen alten Verletzungen, Ängsten, Mustern, Erinnerungen, die uns noch quälen und die uns jetzt natürlich gerade in dieser herausfordernden Zeit herausfordern. Das monatomische Germanium kommt also, wenn wir es einnehmen, in diese Bereiche rein und hilft es einfach, das alte Überlebte loszulassen. Nicht mehr großartig Prozesse zu wälzen, Therapien durchmachen zu müssen, sondern wir können vieles einfach gehen lassen, weil es überlebt ist. Wir brauchen es nicht mehr. Und gleichzeitig ist es so, wie wenn die Sonne wieder beginnt zu scheinen. Es ist wirklich ein Wolkenbrecher, wenn wir in einem Gewitter drin sind mit schweren, tiefgrauen Wolken und plötzlich kommt ein Wind und reißt den Himmel auf und das Licht kann wieder reinkommen. Denn das ist ja das, was wir wirklich sind. Und das monatomische Germanium hilft uns einfach und unterstützt uns in diesem Prozess. Reine zu machen, wieder loszulassen. Egal, natürlich, ob ich ein Mann bin oder eine Frau, das spielt gar keine Rolle, weil es unser Menschsein abholt. In unserer Prägung, in unserer Programmierung und unserer ganzen Erinnerung, die wir mit uns mittragen und unsere Identifikationen. So, dass wir wirklich sauber machen können und wieder das Licht reinlassen können, wieder die Liebe reinlassen können, die Lebensfreude. Auch wenn in der Welt so viel passiert, wir können in unserer Welt trotzdem dafür sorgen, dass es uns gut geht und allen Menschen und Wesen, mit denen wir Kontakt haben. So können wir es auch unseren Kindern geben, wenn sie schon schwere Erinnerungen oder Erlebnisse hatten. Oder nicht klarkommen in der Schule und gemobbt werden. Oder unseren Tieren. Gerade viele Tiere, die jetzt aus dem Tierheim Schlimmes erlebt haben. Tiere, die einfach geschunden wurden, die einfach nur weggeworfen wurden, haben auch tiefe Traumas in sich drin. Und auch bei ihnen wirkt monatomisches Gemahne. Also wenn du möchtest, dass das Detox, von dem jeder spricht, nicht nur körperlich, sondern eben auch deine Psyche und dein Energiesystem unterstützt, dann probiere es mal mit monatomischem Gemahne. Gerade jetzt in der Fastenzeit ist es ein tolles Mittel, um sich wirklich ganzheitlich zu klären und zu reinigen und wieder für Sauberkeit und für Licht und für Lebensfreude und natürlich auch für Lebensmotivation zu sorgen. Monatomisches Gemahnen kann ich dir von Herzen anraten, es zu versuchen. Ich danke dir vielmals und freue mich aufs nächste Mal.